hallo youtube freunde ich war wieder einkaufen ist man gute als erstes haben wir in der maker schokolade als nächstes bei den monas zeitkörner brötchen kann man sich gut hinterschaufeln als nächstes so ein käsebrezel kann man sich gut hinterschaufeln als nächstes psn für spiele als nächstes eine cola zero kann man sich gut hinterschütten als nächstes noch eine cola zero kann man sich gut hinterschütten als nächstes noch eine cola zero kann man sich gut hinterschütten als nächstes noch eine cola zero kann man sich gut hinterschütten Als nächstes noch eine Cola Sirop kann man sich gut hinterschütten Als nächstes noch eine Cola Sirop kann man sich gut hinterschütten Als nächstes Salami kann man sich gut hinterschaufeln Vielen Dank Leute Lasst mir einen Amortag kommentieren Ciao